Wann hattest du den letzten richtig beschissenen Lesemonat? Bei mir ist es der Juni 2024 jetzt gewesen. Ich habe kein einziges Buch beendet, dafür aber sehr viele angebrochene und pausierte Bücher. Dafür gab es sowohl Gründe in den Büchern als auch Gründe von außerhalb aus meinem Leben. Alles dazu gibt es in diesem Video. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Lesemonat aus dem Juni 2024. Und ja, es fing tatsächlich ultra stark an, so stark wie ein Lesemonat bei mir selten angefangen hat, mit Desperation von Stephen King. Ich bin in dieses Buch förmlich reingefallen, so wie ich es schon seit Ewigkeiten nicht mehr in ein Buch reingefallen bin. Ich habe die ersten 300 Seiten, glaube ich, innerhalb von einer Woche gelesen, was für meine Verhältnisse ultra krass ist. Ich habe das wirklich, wirklich verschlungen und war richtig happy, weil ich sowas eben schon so lange nicht mehr in dem Ausmaß hatte. Ich habe diese Atmosphäre geliebt, die auch wieder in typischer King-Manier, in relativ langsamem Tempo, wo dieser Cop auf dieser verlassenen Straße diese verschiedenen Leute unter irgendwelchen Vorwänden in Gewahrsam nimmt, um sie in dieses kleine Städtchen Desperation zu verschleppen. Und dieser Cop ist so ein krasser Antagonist. Ich habe es geliebt, wie er so unterschwellig böse rüberkam, ohne dass man so ganz konkret den Finger drauflegen konnte. Aber allein schon durch solche Beschreibungen wie, dass der Polizeiwagen auf dieser Straße vor ihnen hält und das schon total komisch wirkt, weil der sieht so aus, als würde er auf der linken Seite so ein bisschen runterhängen und dann geht die Vordertür auf, die Fahrertür geht auf und ein riesiger Fuß steigt aus, ein zweiter Fuß erscheint und dann baut sich diese riesige, massige Gestalt von diesem Cop da auf und man weiß so, Alter, was ist das bitte für ein Riese von einem Mann? Und der gibt sich irgendwie erstmal so ganz nett und dann findet er immer irgendeinen Grund, um einen eben festzunehmen sozusagen und in dieses Städtchen zu verschleppen. Und das fand ich ultra gut gemacht, das hat eine richtig krasse Stimmung bei mir ausgelöst und eben dafür gesorgt, dass ich quasi ununterbrochen gefühlt in diesem Buch gelesen habe. Immer wenn ich auch nur zwei Minuten Zeit hatte, bin ich in dieses Buch versunken. Und das Problem, was dann nur kam, also das waren jetzt eben sowohl storytechnische Gründe, als auch ehrlicherweise einfach bei mir in meinem Leben gerade, weil ich habe das angefangen und dann hatte ich eine Woche Urlaub und in dieser Woche Urlaub war ich erstmal auf einem Festival und dann war ich noch auf einem Städtetrip mit einem Freund. Und da kommt man natürlich einfach nicht zum Lesen. Also ich hatte immer mein Buch dabei, aber natürlich kommt man da nichts, also man liest dann ja nicht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl und das fand ich echt tragisch, das war wirklich tragisch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich durch diese eine Woche Pause so richtig den Anschluss verloren habe an dieses Buch. Und dann habe ich noch gedacht, ja gut, jetzt hast du halt den Anschluss verloren, aber du fängst jetzt wieder an zu lesen und dann kriegst du deinen Anschluss ganz schnell wieder. Aber das war nicht der Fall und ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß nicht so richtig, woran das gelegen hat. Ob das jetzt einfach nur an dieser Pause lag, dass ich dadurch so einen Anschluss verloren habe, den ich auch nicht wiederkriege. Oder ob zufälligerweise, also das wird sogar so ein bisschen, glaube ich, auch passen. Und ich glaube, dass zufälligerweise genau während dieser Pause, die ich hatte, auch die Story so einen kleinen Umschwung getan hat, von dieser Einleitungssequenz, die über 200 bis 300 Seiten ging, zu ein bisschen, ich weiß nicht, es ist nicht langweilig, es zieht sich nicht. Doch, vielleicht ziehen schon so ein bisschen, aber das hat sich davor auch schon. Es ist halt so diese typische King-Manier, dass diese kleinen Dinge, die passieren, ultra ausführlich beschrieben werden. Macht er richtig gut, aber irgendwie bin ich nicht mehr reingekommen, weil dann sind wir in diesem Städtchen und dann passieren andere Dinge, die auch irgendwie gut sind und auch irgendwie so einen Grusel haben, die diese Stadt so ein bisschen beleuchten, was ist da passiert, irgendwas ist in dieser Stadt passiert, das ist wie so eine Geisterstadt, das ist alles irgendwie gut. Aber irgendwie hat es mich verloren. Und ich glaube, dass das tatsächlich zum größeren Teil tatsächlich meine Pause war. Und das ist echt ein bisschen tragisch, aber kann man nichts ändern. Und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal so ein bisschen andere Dinge zu lesen. Ich werde auf jeden Fall der Aspiration sowas von noch weiterlesen. Ich hatte das bei sehr vielen anderen Büchern auch schon, teilweise auch bei Stephen King-Büchern. Also ich erinnere mich an Der Anschlag, was ein Buch ist, was ich im Nachhinein super, super gut finde. Also was wirklich ein Highlight war. Aber auch da gab es eine Länge in der Mitte, die mich das Ganze mal kurz pausieren lassen hat. Und dann habe ich irgendwie eine ganze andere Buchtrilogie gelesen. Dann habe ich den Anschlag wieder weitergelesen und habe es zu Ende gesuchtet. Also das kommt mal vor. Und gerade bei Stephen King vielleicht. Deswegen habe ich mich dann erstmal anderen Dingen gewidmet. Zum Beispiel Harry Potter und der Feuerkelch. Das ist mein aktueller Potter-Talk-Kandidat. Also ich bin damit noch nicht ganz durch. Also ich höre das Hörbuch von Rufus Beck, wie immer. Und bin jetzt, ja, bei drei Vierteln ungefähr. Aber ich muss auch sagen, dass ich zwischendurch jetzt diesmal bei Harry Potter so ein bisschen eine kleine Krise hatte. Und dann eine Woche lang, glaube ich, oder zwei Wochen gar nicht weitergehört habe. Obwohl ich eigentlich mich total darauf gefreut habe und gedacht habe, ich suchte das jetzt innerhalb von wenigen Tagen oder einer Woche vielleicht durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das liegt an J.K. Rowling. Und das tut mir jetzt leid. Viele wollen das nicht hören. Aber man muss es vielleicht hin und wieder einfach mal doch erwähnen, dass diese Frau halt einfach viele Aussagen trifft, die einfach ziemlich scheiße sind und die sie als Menschen ziemlich schlecht dastehen lassen. Und das ist mir natürlich nicht jetzt erst bewusst geworden. Das weiß man alles schon sehr, sehr lange. Ich meine, es gibt schon sehr, sehr lange viele Leute, die mit Harry Potter einfach gar nichts mehr zu tun haben wollen. Entweder, weil sie aus irgendwelchen rationalen, vernünftigen oder moralischen Gründen sagen, sie wollen das wirklich nicht mehr unterstützen. Sie wollen dieser Person kein Geld mehr oder keine Aufmerksamkeit mehr geben. Und da gibt es andere, die da einfach sagen, nee, ich kann das jetzt nicht mehr genießen. Ich weiß, dass diese Frau das geschrieben hat und jetzt kann ich es nicht mehr genießen. Zu keiner Sorte habe ich je gehört, weil ich immer gesagt habe, ich kann das gut trennen. Ich muss mit J.K. Rowling nicht befreundet sein. Die kann mir relativ egal sein. Das ist auch was anderes als bei einer Band, wo ich aktiv beim Konzert diese Person da vorne feiere, kann ich bei einem Buch einfach sagen, diese Person ist mir egal und die Geschichte ist das, was zählt. So habe ich immer gedacht. Und jetzt waren aber tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war da so ein bisschen durch Unwissen auch geschützt, weil ich immer nur so gehört habe, dass sie angeblich sowas sagt und sowas und sowas, aber das nie selber irgendwie mich da informiert habe. Und in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen informiert und irgendwie war ich ein bisschen tatsächlich getrübt und ich war zwischendurch so, scheiße, jetzt passiert mir das auch, dass ich irgendwie, dass meine Erinnerung oder mein Harry Potter Gefühl so ein bisschen getrübt wird. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt. Ich habe viel mit Leuten darüber nochmal geredet und mich mit diesem Gefühl beschäftigt. Ich habe zwischendurch schon wirklich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich breche das Ganze jetzt doch wieder ab. Aber ich höre jetzt doch wieder weiter. Ich bin doch wieder, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich sage, diese Person, ja, darf man und sollte man kritisieren. Vieles, was sie sagt und tut, ist wirklich scheiße. Aber man muss da doch einfach ein Stück weit differenzieren. Also es gibt Leute, die können das nicht. Und das ist völlig fein. Da will ich niemandem irgendwas vorschreiben. Aber ich glaube, dass ich es jetzt doch möglicherweise wieder ganz, ganz gut hinkriege. Zumal ich, also ich glaube, ein bisschen von der Trübung war zwischendurch auch so, dass ich ein paar Sachen gelesen habe, die Leute dann doch wieder, weil bisher war in meinem Gefühl immer so, es geht ja nur um J.K. Rowling, nicht um Harry Potter selbst. Und dann habe ich ein paar Dinge wahrgenommen, wo Leute Harry Potter an sich kritisieren. Und plötzlich habe ich jedes Detail, was in Harry Potter vorkommt, im Geiste umgedreht und so. Oh, ist das jetzt kritisch? Muss man das kritisch betrachten? Ist das problematisch irgendwie oder so? Und ich konnte die Geschichte gar nicht genießen, weil ich bei allem wirklich überlegt habe, ist das okay, ist das nicht okay? Und ich habe mich davon jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen lösen können. Ich glaube, ich war da kurzzeitig in so einem kleinen Tunnel gefangen, ausgelöst dadurch, dass ich ein bisschen mehr über die ganze J.K. Rowling-Thematik erfahren habe. Aber ja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder drin. Meine Haltung aktuell ist wieder die, dass ich sage, J.K. Rowling kann, sollte man kritisieren. Harry Potter ist was anderes. Das muss man ja auch immer sehen. Das ist was, was vor 20 Jahren geschrieben wurde. Das ist nichts, was J.K. Rowling heute geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie ich zu den aktuellen Büchern von J.K. Rowling oder ihrem Pseudonym stehen würde. Da habe ich das Glück, dass das einfach gar nicht mein Geschmack ist. Krimis mag ich ja einfach nicht so gerne. Aber die Harry Potter Bücher, die hat gefühlt, also 20 Jahre ist eine lange Zeit, da war sie auch wahrscheinlich noch eine ganz andere Frau. Also deswegen kann ich das aktuell wieder ganz gut trennen. Und ihr könnt euch eben sehr freuen auf den Potter Talk, der dann auch in den nächsten Wochen erscheinen wird. Harry Potter und der Feuerkelch, also der Potter Talk Teil 4. Ich habe dann noch ein paar andere Bücher, die ich jetzt quasi so angefangen parallel lese slash höre. Das ist alles gerade eine ganz, ganz komische Situation. Ich mag sowas gar nicht. Ich will normal immer die Bücher wirklich schön der Reihe nachhören, lesen meine ich. Dazu gehören jetzt zum Beispiel gerade der erste Wand der Gardasee-Krimi-Reihe von Elisabeth Horn. Das wäre Mord und Limoncello, den ich als Rezensionsexemplar von ihr bekommen habe. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich muss mich ein bisschen durchkämpfen. Aber es ist halt auch ein Krimi. Es war uns beiden, sowohl ihr als auch mir vorher klar, ich bin nicht die Zielgruppe von dem Ganzen. Das Ganze ist Cozy Crime. Also ein Krimi, der so ein bisschen behaglicher sich anfühlen soll. Also das Ganze sagt ja auch schon dieser Titel Mord und Limoncello. Also zwei sehr gegensätzliche Dinge irgendwie. Und uns war beiden klar, so, das ist jetzt ein Experiment. Ich bin nicht genau die Zielgruppe, aber ich war auch irgendwie gespannt darauf, mich einzulassen. Ich mag ja oft Krimis dann schon ganz gerne, wenn sie ein spannendes Setting haben. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, so ein schönes Gardaland mit so ein bisschen schöner Wohlfühlatmosphäre, das ist doch vielleicht was. Tatsächlich ist es auch irgendwie was, aber nicht genug. Das ist sehr schade, es ist wirklich sehr schade. Es beginnt quasi damit, dass ein Ehepaar aus Deutschland, die machen da jetzt am Gardasee eben Urlaub in Italien und der Mann ist auch Polizist und stirbt dann dort. Die Frau hat so ein bisschen den Verdacht, dass er da irgendwelche geheimen Ermittlungen auch durchgeführt hat, auch ohne ihr das zu sagen. Also er hat ihr eigentlich nur gesagt, so, lass uns doch mal in Urlaub fahren, aber sie hatte schon den Verdacht, dass er da eigentlich, ja, Ermittlungen durchführen möchte und ihr das aber selbst nicht sagen möchte. Und dann stirbt er eben und jetzt muss eben aufgeklärt werden, um was es da geht. Und ja, wir haben tatsächlich, also, eine schöne, ähm, schöne Atmosphären eigentlich auch mit diesem ganzen Gardaland und Limoncello und Amore und all das Zeug. Aber tatsächlich sind für mich doch einfach die Krimi-Elemente diese ganze Ermittlungsarbeit zu präsent. Und das, also, ich mag dazu nichts sagen, ob das für einen Krimi gut ist, ob das gut ausgearbeitet ist, in meiner Sicht jetzt wahrscheinlich schon. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Krimi-Fan sowas richtig cool findet und richtig, äh, das einem Spaß macht. Mir macht es einfach keinen Spaß. Und ich bin jetzt da quasi schon vom Buch aufs Hörbuch umgestiegen, äh, bei, bei BookBeat und höre das Ganze jetzt als Hörbuch und ich werde das wahrscheinlich auch noch beenden. Einfach, weil es ein Rezensionsexemplar ist und ich da auch immer so ein bisschen sage, hey, das ist für mich, also aus meiner Sicht ist das Ganze auch immer ein bisschen dazu da, um eben mal über seine Grenzen hinauszugehen, aus der Komfortzone rauszugehen, dann einfach mal so ein bisschen den Druck zu haben, das auch wirklich zu beenden. Ich glaube, sonst hätte ich es schon längst abgebrochen. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen den Horizont auch erweitern kann. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall noch beenden. Und mir am Ende noch ein abschließendes Fazit einholen und euch natürlich im nächsten Lesemonat, hoffentlich im nächsten Lesemonat, präsentieren auch. Ein weiteres Buch, was ich noch, also das habe ich wirklich gerade erst angefangen, ist von, Ding, wie heißt er denn? Benedikt Wels vom Ende der Einsamkeit. Ich habe von ihm bisher Heartland und Spinner gelesen. Beide sehr gute Bücher, aber tatsächlich mit diesen kleinen Problemen, die ich das Gefühl hatte, beide behandeln sich halt oder beide beschäftigen sich mit dieser Thematik der Orientierungslosigkeit von jungen Leuten. Bei beiden Büchern geht es um junge Leute, die viel rauchen und Sex haben wollen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, ist das jetzt vielleicht so ein Leitthema generell bei Benedikt Wels? Wenn ja, dann wird es mir vielleicht irgendwann langweilig werden. Aber vom Ende der Einsamkeit haben eben auch viele geschwärmt nochmal. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe dem Ganzen noch einen Versuch, weil an für sich sind ja beide Bücher, die ich bisher gelesen habe, richtig gute Bücher. Sie waren sich nur in manchen Punkten oder vom Thema her meiner Meinung nach dann doch ein bisschen zu ähnlich. Aber jedes für sich richtig gut. Und jetzt habe ich vom Ende der Einsamkeit angefangen. Tatsächlich kann ich da noch gar nichts zu sagen. Also ich habe da keine Ahnung, fünf oder zehn Seiten gelesen. Es ist wieder ein sehr guter Schreibstil. Mir gefällt das sehr, sehr gut, wie er Situationen oder Szenen beschreibt. Die Umgebung, die Gefühle von den Charakteren in den Szenen. Und das ist schon mal sehr, sehr cool. Also es wird wahrscheinlich wieder ein richtig gutes Buch werden. Aber auch da rede ich dann vielleicht im nächsten Lesemonat nochmal weiter drüber. Und ja, das ist auch schon alles, was ich über diesen Lesemonat zu sagen habe. Er war nicht ganz so erfolgreich, aber ich mag diese Worte ja auch immer nicht. Es ist so ein Scheiß, weil dieses ganze Booktube, Booksegram-Zeug lässt einen schnell über sowas reden, wie erfolgreich, nicht erfolgreich, was eigentlich Wörter sind, die ich im Zusammenhang mit Lesen gar nicht hören möchte. Ich will beim Lesen kein Ziel verfolgen wie in der Arbeit oder beim Sport meinetwegen, wo ich sage, ich will das und das erreichen. Nein, lesen soll was Gemütliches, was Entspannendes sein, was ich mache, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich will Mut reden, ich möchte mich damit nicht hetzen. Und deswegen sind auch so Begriffe wie erfolgreicher Lesemonat irgendwie blöde Begriffe. Aber es sind Begriffe, die schnell aufploppen, wenn man halt so immer irgendwie monatsweise so Bilanzen zieht. Was habe ich jetzt in diesem Monat gemacht, gelesen? Eigentlich sind das halt immer nur so gute Möglichkeiten, um mal so einen Cut zu setzen und zu sagen, so jetzt fasse ich mal zusammen, wie es diesen Monat war. Aber ja, ich schweife ein bisschen ab. Also ich habe in diesem Monat kein einziges Buch beendet. Solche Phasen hat man mal. Was soll ich mich da jetzt grämen? Ist halt manchmal so, ich hatte eben, wie gesagt, auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich hatte ja nicht nur diese Woche Urlaub, wo ich eben zweimal verreist bin sozusagen, sondern ich hatte danach auch noch eine Weisheitszahn-OP. Also mir wurden drei Weisheitszähne rausgezogen, woraufhin ich, glaube ich, eine Woche lang krankgeschrieben war oder anderthalb Wochen lang auch nicht in der Arbeit war, wo man jetzt meinte, hätte ich viel lesen können, aber da war auch nicht viel mit Lesen, also mit den ganzen Schmerzen und so, die man da hat. Lesen war da nicht drin, eher vielleicht ein bisschen fernschauen oder so, aber selbst Hörbücher hören auch gar nicht so. Also das heißt, mei, solche Phasen hat man manchmal, wo es ein bisschen hängt oder so, wo dann aber auch einfach äußere Umstände dazukommen, wie Urlaub oder eben so eine Weisheitszahn-OP, dass man da jetzt quasi schon zweieinhalb Wochen hat von einem Monat. Das ist ja quasi ein halber Monat schon, der da verloren geht. Und von daher, mei, so ist es halt und der nächste Monat wird vielleicht wieder erfolgreicher. Das ist dann damit quasi auch mein Wort zum Sonntag. Nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr auch solche Leute seid, die sich da schnell mal in so einem erfolgreich oder nicht erfolgreich Konstrukt befinden. Völliger Schwachsinn meiner Meinung nach. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Meinung, was ihr von den Büchern haltet. Was habt ihr für Bücher in diesem Monat gelesen? Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Tipp für mich. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, vielleicht auf Instagram, vielleicht im nächsten Potter-Talk, vielleicht im nächsten Lesemonat. Bis dahin. Ciao.